Musik Hallo, ich bin Michel Fonken und ich darf Ihnen jetzt einiges über Yamaha Stop Keyboard Styros 2 erzählen. Musik Jedes Styros 2, das seinen Weg schon zu vielen Musikern und Musikerinnen gefunden hat. Musik Eines der ganz besonderen Highlights ist die Super Articulation Technology, die Styros 2 an Bord hat. Diese Technologie macht es dem Spieler möglich, Spielstimmen zu kontrollieren wie nie zuvor. Und das geht so. Wir nehmen hier jetzt mal eine Konzertgitarre, die Konzertgitarre. Musik Und ich spiele jetzt mal ein paar einzelne Töne. Musik Jetzt spiele ich die gleiche Töne Legato, also gebunden. Musik Man hört da den Unterschied. Spiele ich jetzt innerhalb von vier Halbtönen, dann macht er auch so ein Slide. Musik Ich kann auch das Super Articulation Pedal hier mal eindrücken, dann hören wir da Body Taps, das Klopfen auf dem Gitarrenkorpus. Musik Sie sehen, man kann wirklich wunderbar Gitarre spielen hier drauf. Wir haben das natürlich auf den vielen, vielen Vorführungen schon oft gezeigt, aber ein paar Beispiele kann ich einfach nicht weglassen, weil sie einfach so gut sind. Hier zum Beispiel die Studio Strings. Wieder das Gleiche. Ich spiele ein paar einzelne Töne. Musik Und jetzt mal Legato. Musik Oder hier mal ein bisschen mehr was Rockiges. Wir nehmen hier mal diesen Style, der heißt Power Rock übrigens. Und jetzt haben wir eine andere Super Articulation Voice, Guitar Hero, für die rechte Hand. Musik Und jetzt machen wir die unterliegen. Wir sehen, wir sehen, wir sehen, wir sehen, wir sehen, wir sehen, wie ein paar Zeit. Und jetzt kommen wir hier mal hierины, oder? Wir sehen, wir sehen, wir sehen, wie ein paar Leute auf dem Gitarre spielen. Und dann ist das nächst, was wir sehen, dass wir sehen, können wir mal ein paar часов. Und dann in dieatamentee Tracksmayın. Und dann ist das ganze Zeit richtig, oder? Das war tatsächlich so. Und dann kommen wir hier mal hin, und dann machen wir auch noch mal Musik. Und dann bist du hier mal eins. Und dann sind sie schön. Und dann ist das auch sehr schön. Und dann kommt ihr wieder. Und dann muss das mal, wenn eine neue Elektronik-durch, Musik Ja, oder nochmal wieder eine andere. Hier habe ich zum Beispiel die Super Articulation Trumpet Fall. Was macht die? Die spielt sehr schön dynamisch. Aber bei höchster Anschlagdynamik, dann macht die ein Fall. Wenn ich jetzt das Modulationsrad hochdrehe, dann geht es von Fall auf Deutz. Und das kann ich natürlich wunderbar hier mal einsetzen mit dem Cha-Cha-Cha-Style. Hier der Gummimambo. Drücke ich jetzt auf den Super Articulation Pedal, dann hören wir sogar das Atmen vom Musiker. Musik 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 Super Articulation Trumpet Fall. Diese Super Articulation Technologie hat die Welt für uns Keyboard Spieler einfach ein bisschen schöner gemacht. Und nicht vergessen, Dairos hat mit 300 MB den größten Klangspeicher von allen Entertainer Keyboards am Markt. Dairos 2 hat natürlich auch viele Begleitrhythmen, um es genau zu sagen 400. Leider kann ich die nicht alle in diesem kurzen Video zeigen, aber schauen Sie mal her. Ich habe hier zum Beispiel mal Ihr Orgel Samba und ich spiele mal ein bisschen dabei. Ich habe hier zum Beispiel mal ein paar Jahre. Untertitelung des ZDF, 2020 Orgel Samba. Oder hier mal ein anderes Beispiel. Hier haben wir zum Beispiel 80s Movie Ballad. Hier ist schon wieder eine Subarticulation Voice. Hier haben wir Funk-Pop-Rock. Oder hier ist schon Vantage Guitar Pro. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018